hallo alle zusammen die nächste tanki ist fertig die nummer 73 finde ich wieder sehr schön mit zehn tönen auf jeder seite auf der einen seite eine molltonleiter auf der andere eine durtonleiter andere seite ich weiß gerade auswendig nicht welche welche seite ist das ist die molle das ist die molle ja vielen dank mal wieder fürs schauen wenn ihr interesse habt eine adresse steht unten drunter meldet euch einfach alles gute bei